Moin Moin Leute, mein Name ist Reeve Fazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Wie gut ist Reihe. In diesem Video gehe ich kurz über die Vor- und Nachteile von verschiedenen Kämpfern in Dragon Ball FighterZ. Mein Hauptziel dabei ist es, dass gerade Neulinge und Anfänger sich ein gutes Bild von diesen Kämpfern machen können und somit selbst entscheiden, ob sie eine gute Wahl für ihr Teams sein könnten. Im heutigen Video sprechen wir über DBS Broly, einen Charakter aus der zweiten Season von Dragon Ball FighterZ. Ich hoffe euch mit diesen Videos weiterzuhelfen und freue mich über einen Daumen nach oben und euren Kommentaren, falls dies so ist. Da mir klar ist, dass viele von euch einfach nur eine Bewertung der Charaktere haben wollen, fangen wir direkt mit meiner Bewertung von DBS Broly an. In diesem Video bewerte ich Charaktere in drei verschiedenen Buchstaben, da es nicht wirklich schlechte Charaktere in Dragon Ball FighterZ gibt. S-Charaktere sind super Charaktere, sehr einfach zu benutzen und definitiv Top Tier für Anfänger und erfahrene Spieler. A sind Top Tier Charaktere, die ein wenig mehr Verständnis für die Spielmechaniken benötigen und etwas Training. B sind gute Charaktere mit ein paar kleinen Schwächen, die aber extrem stark sind, wenn man die Spielmechaniken versteht, etwas Training reinsteckt und die richtigen Teampartner dabei hat. DBS Broly ist ein sehr einzigartiger Charakter in Fighters, der extrem viel Potenzial besitzt, aber dafür im Optimalfall das richtige Team hinter sich benötigt. Gerade aus dem Grund sehe ich ihn eher in dem B-Bereich und wir schauen uns dafür seine Stärken und Schwächen an und fangen mit den Schwächen direkt an. DBS Broly besitzt den langsamsten L-Schlag der gesamten Riege in Fighters. Dieser ist so langsam, dass ihr nach einem Vanish von eurem Gegner immer zuerst getroffen werdet, wenn dieser zeitgleich L drückt. Zudem hat er bis auf seinen 2M, welchen er bis zu viermal aneinander ketten kann, keine Attacke, die tief trifft. Er hat zwar andere Tools, auf die wir in seine Stärken eingehen, aber nur eine tief treffende Attacke, die auch nach dem zweiten Mal hintereinander direkt reflektet werden kann, oder der Gegner kann einfach rausspringen. Das ist sehr schwach für das Mixup-Potenzial und deswegen ist DBS Broly stark auf Assists angewiesen. Auch die Kombostruktur von DBS Broly ist recht anders und benötigt gerade von Anfängern einiges an Anpassung. Er hat keine Standard 2H in der Luft für Kombo-Verlängerung und nach einem M kann er keine zwei Ls machen, sondern nur einen, da sein Jump L auch verdammt langsam ist. Und er hat auch deutliche Probleme ein Sliding Nocturne zu verursachen aus fast all seinen Kombos. DBS Broly hat auch einige Level 1 Attacken und eine davon gibt ihm Unverwundbarkeit per Aktivierung mit 2-3-6-H-plus-S, also Viertelkreis nach vorne und R2. Auch wenn diese Attacke zuerst recht interessant klingt, so ist sie kaum nützlich in Kombos oder für Schaden, da Broly direkt aus der Attacke rausgeschlagen werden kann nach der Ursprungsaktivierung. Kommen wir nun zu den Stärken von DBS Broly und direkt zu seinen normalen Schlägen, denn diese haben eine unglaubliche Reichweite und Hitbox. Sein L ist zwar langsam am Boden und in der Luft, aber dafür trifft es den Gegner an Stellen, wo man es kaum glauben würde. Auch sein Haar am Boden ist sehr stark, er kann aufgeladen werden und besitzt eine Schlagrüstung, womit ihr den einen oder anderen Gegner bestimmt überraschen könnt. Sein 2-Haar in der Luft ist ein Wurf und dieser wird in einem cinematischen Effekt immer verursachen, selbst wenn ihr den Gegner bereits mit einem 2-Haar am Boden in die Luft befördert habt. Und das ist auch klasse, denn mit seinem 2-Haar in der Luft schafft es Broly die Gegner so gut wie immer bis zur Ecke zu bringen, wo er dann am meisten Schaden rausholen kann. Ihr könnt diese Eingabe aber nur einmal pro Combo nutzen. Und wo wir gerade bei Würfen sind, Broly hat insgesamt 6 Command-Würfe, die sein schwaches Mix-Up-Spiel ein wenig verbessern, damit er den Gegner irgendwie öffnen kann. Mit 6-Haar hat er einen kräftigen Kopfnuss, in dem er auf den Gegner zustimmt und dann packt. Wie bei allen Würfen kann das nicht geblockt werden. Ihr könnt hinterher aber nur eine Spezialattacke oder ein Vanish machen, falls ihr eine Combo angehen möchtet. Mit 2-1-4-X, also Viertelkreis nach hinten und einem Angriffsknopf, kann DBS Broly den Gegner am Boden und im Springen greifen. Von alleine durchgeführt kann man damit auch Combos in der Ecke starten, aber wenn es im Rahmen einer bereits gestarteten Combo genutzt wird, verursacht es ein Sliding-Knockdown, was sehr gut ist, da Broly nicht viele davon hat. Zusätzlich hat er noch 2-1-4-S, also Viertelkreis nach hinten und den Spezialknopf für einen Wurf, den den Gegner, der am Boden liegt, nehmen wird. Seine Spezialattacken sind relativ interessant, denn mit 2-3-6-X, also Viertelkreis nach vorne und einem Angriffsknopf, besitzt Broly einen super Blanc-String-Tool und auch seine Attacke, um den Gegner nach unten zu bringen in Luft-Kombos, auch wenn es keinen Sliding-Knockdown vorursacht. Man kann aber in eine Level 1 ohne Probleme direkt gehen danach. Was Key-Attacken angeht, ist Broly auch sehr gut ausgerüstet, mit seinen S-Key-Attacken, die sehr schnell rauskommen, einem Beam mit 2-S, was auch sein C-Assist ist, und mit 2-3-6-S, Viertelkreis nach vorne und die Spezial-Taste, ein gutes Neutral-Tool, welches in der Nähe des Gegners zu einer Art Grab wird und einen Sliding-Knockdown verursacht. Und zu guter Letzt hat DBS Broly auch einige Super-Attacken. Drei Level 1-Attacken, eine davon kann er zu einer Level 2 verstärken und einen Level 3, die ihm einen dauerhaften Schadensbus gibt nach der Aktivierung. Da wir uns nun seine Besonderheiten angeschaut haben, wo spielt man DBS Broly am besten? Wie schon erwähnt, ist DBS Broly ein sehr eigener Fall. Er bietet einige Tools, die ihn zum Point-Charakter machen, aber gerade weil er durch seine Level 3 erst seine vollen Schaden bekommt, würde ich ihr vorschlagen, ihn an zweiter Stelle, also mitzuspielen. Ein stärkerer Point-Charakter kann euren Gegner an Low- und Overhead-Mix-Ups gewinnen und dann kommt ihr mit DBS Broly rein und fangt an, einige nette Command-Grabs ins Spiel zu bringen. Das ist ein großer Teil eures Spielplans mit DBS Broly. Einige interessante Teams rund um DBS Broly sind Das legendäre Super Saiyajin-Team Wir hassen Goku Ich werf dich Und Big Bad Saiyans Zum Ende hin noch zwei kleine BNB-Kombos für DBS Broly. Der Starter kann in diesen Kombos 2L, L oder auch Instant Air Dash Heavy sein. Ich starte sie gerne mit einem Instant Air Dash H. Ich hoffe euch mit diesem Video ein gutes Bild von DBS Broly vermittelt zu haben. Ihr könnt mir gerne weitere Charaktere für diese Videos unten in den Kommentaren vorschlagen. Ansonsten könnt ihr euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dragon Ball Fighters Anfänger Playlist anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wer limitations Power Das ist sah keine Frage hopefully. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.